Ich weiß nicht, genau. Im Boden muss ich es natürlich nie machen. Die Sache ist ja, du wirst hier nie alleine sein, weil du dir immer hier irgendwelche Leute einladen wirst. Das riecht nicht gut. Ich hoffe, damit wird es hier nicht gekocht. Was? Das war vorher nicht da. Warte mal, hier war so eine... Das hier war so eine Kanne, aber war das diese? Und war dein... Shit, 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 warte mal. Getränke mit. Ist das eigentlich immer so, wenn man einen Housesitterjob hat, dass man da so durch die Mangel genommen wird? Ja, klar.